Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen Video und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden. Es kann einfach nicht so weitergehen bzw. es fuckt einfach nur ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da möchte ich mal ein bisschen drauf aufmerksam machen und mich würde es freuen, wenn ihr euch das Video ganz gebt und ein bisschen drüber nachdenkt. Es ist nicht an jeden gerichtet, es ist wirklich nur an eine kleine Prozentzahl gerichtet, die solche Sachen eben macht und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt. Und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen, um genau zu sein vor fünf Tagen, das Video hochgeladen. 200k Gewinn mit einem Spieler, FIFA 18 Trading Tipps. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, in dem Video geht es darum, dass ich James Rodriguez, wie man hier sehen kann, für 380.000 Münzen verkauft habe und er eigentlich nur 160.000 Münzen wert ist. So, das war ein mega Deal für mich. Ich dachte mir so, yo, richtig nice und ich wollte euch einfach auch mal mitgeben, so, yo, probiert einfach mal eure Spieler teuer zu verkaufen, einfach über teuer reinzustellen, denn das könnte eben genauso sein wie bei mir, dass dann eben sich ein Spieler wirklich für das Doppelte verkauft und das wollte ich einfach nur sagen. Mehr hatte ich mit diesem Video gar nicht vor. Aber was ich dann in den Kommentaren lesen musste, ist einfach nur traurig. Und zwar ist das Top-Kommentar des Videos einfach mal fake. Du hast bestimmt ihn mit einem zweiten Account abgekauft. Mach kein Story, Moruk. Haha. Ja, jetzt mal ohne Witz. Was ist das für eine Nachricht? Wenn ich bei einem anderen Video reinschreiben würde, fake, 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 dann brauche ich doch Beweise, dann brauche ich Material, dann muss ich auch wirklich wissen, dass es fake ist. Aber diese leeren Beschuldigungen, ich finde das so unfassbar schade, dass da einfach jemand, der ja meinen Kanal schon länger verfolgt, ich kenne Max Mustermann und der schaut wirklich viele Videos und hat auch oft ganz nice kommentiert und dass der dann einfach sowas schreibt, das finde ich einfach nur schade, weil das einfach so eine grundlose Anschuldigung ist. Was habe ich in diesem Moment jetzt falsch gemacht? Ich habe einen Spieler verkauft, ich mache ein Video dazu und werde dafür gehatet. Wieso? Wieso macht ihr das? Es ist wirklich nicht jeder, es ist eine ganz, ganz geringe Prozentzahl. Aber wenn ich ja noch sehe, dass das 63 Likes bekommt, dann denke ich mir, Jungs, warum? Ich finde es einfach nur unfassbar schade, dass sowas dann direkt als fake dargestellt wird, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Ich habe einen Spieler verkauft und einen teurer verkauft. Mehr habe ich nicht getan. Und ich finde es auch mehr als nur richtig, über Dinge nachzudenken und auch viele Dinge anzuzweifeln. Aber es ist ein Unterschied, ob man etwas anzweifelt oder ob man jemanden grundlos beleidigt. Denn Morug ist, glaube ich, auch eine Beleidigung, soweit ich weiß. Ich stelle mir dann immer die Frage, muss ich diesen Leuten jetzt beweisen, dass es kein Fake ist? Stehe ich überhaupt in dieser Schuld, das jetzt zu tun? Nein, tue ich nicht. Ich habe nicht den Auftrag, diesen Personen zu beweisen, dass es kein Fake ist. Sie können es mir glauben oder nicht glauben. Aber ich finde es einfach schade, Leute grundlos zu beschuldigen, etwas zu tun, wo sie nicht mal wissen, ob sie das getan haben. Und ja, ich denke mal, wir müssen auch jetzt nicht irgendwie darüber reden, dass ich sowas nicht faken würde. Denn ich bin ein ehrlicher Mensch und ich verspreche euch, dass ich solche Sachen nicht faken werde oder auch nie gefakt habe. Und auch dieses Video ist dementsprechend nicht gefakt. Und ich kann irgendwo auch froh sein, dass mich das nicht so hart trifft wie andere Leute. Ich muss ehrlich sagen, im Moment gerade nervt es mich schon extrem, weil ich es einfach schade finde. Weil ich es einfach nur schade finde, dass man nicht nachdenkt, sondern direkt Bäm, 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 einfach auf andere Leute hinhaut. Das geht einfach nicht. Das finde ich nicht okay. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr macht das bei einem anderen YouTuber. Und der ist ziemlich pingelig auf sowas. Der achtet da sehr drauf. Und dann schreibt ihr eben so einen Kommentar bei einem Video, welches er produziert hat, wo er sich Mühe gegeben hat und so. Und ihr kommentiert dann eben mit irgendwie so, ja, Fake. Und ihr habt halt null Beweise. Das kann sehr, sehr leicht dazu führen, dass dieser YouTuber dann einfach die Lust an YouTube verliert. Und das ist halt leider schade. Das ist bei mir nicht so. Also ich verliere dadurch jetzt nicht die Lust an YouTube. Ist einfach so, keine Ahnung. Es interessiert mich schon, was die Leute kommentieren. Aber was soll ich zu sowas noch sagen? Ja, das ist teilweise halt einfach ein schwieriges Thema. Und ja, ich habe mich damit abgefunden, sage ich auch irgendwie teilweise, dass das halt so ist. Aber ich möchte halt, wie gesagt, auch dennoch nochmal ansprechen und einfach auch euch ein bisschen die Augen öffnen, dass ihr vielleicht, wenn ihr ein Video schaut, dass ihr schon kritisch und so seid. Aber dass ihr bitte auch, ich weiß nicht, nicht so angriffig seid. Nicht so, ja, die ganze Zeit auf Konfrontation, sondern einfach auch mal vielleicht fragen, yo, kannst du das mal in einem Stream zeigen oder so, dass du den verkauft hast? Oder was weiß ich. Ja, okay, das ist natürlich jetzt auch nicht der Beweis, den er haben wollen würde. Denn der Vorwurf war ja, dass ich ihn mit einem zweiten Account abgekauft habe. Und da stellt sich die Frage für mich, habe ich nichts Besseres zu tun, als einen Spieler für 200k mehr zu kaufen? Das heißt, theoretisch habe ich ja 400k circa auf dem anderen Account. Woher soll ich das haben? Also das ist so die Frage, die sich für mich erstens mal stellt. Deswegen alleine würde ich schon so einen Kommentar nie verfassen, wenn ich so ein Video sehe. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Aber ich hoffe, ja, die Leute, die dieses Kommentar halt geliked haben, es sind 63 Leute, die denken ein bisschen drüber nach und versuchen da, ja, demnächst halt irgendwie besser dann zu handeln, würde ich mal sagen. Und ja, Freunde, dann war es das an sich jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass die Leute ein bisschen drüber nachdenken, die sich da jetzt vielleicht angesprochen fühlen. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den Leuten, die mich immer unterstützen, die meine Videos schauen, die auch bei dem Video kritisch waren, aber nicht direkt beleidigend oder so, sondern einfach nochmal nachgefragt haben, yo, hat das wirklich funktioniert? Und das finde ich halt wichtig, dass man da nicht direkt angriffig und beleidigend wird, sondern das Ganze eben auch ganz normal regeln kann. Und wie gesagt, danke an euch einfach, dass ihr mich so supportet. Ich möchte aber auch dazu sagen, Leute, falls euch irgendwas nicht passt, falls ich einen Fehler mache in einem Video, falls ich irgendwie auf einmal den kompletten Clickbait oder so raushaue und ich das anscheinend dann selber nicht mitkriege, ich denke mal nicht, dass das passieren wird, aber falls ich irgendeinen Fehler mache, falls ihr irgendwas seht, was euch nicht passt, dann sagt mir das bitte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sagt mir das bitte. Ja, ich bin offen für sowas und dann werde ich drüber nachdenken. Auch ich mache Fehler, aber ihr könnt mich darauf hinweisen. Sagen wir es mal so. Okay, Freunde, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer high hopes und ciao.